der typ da möchte gerne subscriben er soll er machen weil noch einfacher kann ich es den leuten nicht machen mit dem namen obwohl ja doch bitteschön schön wenn ich nicht im ladebildschirm hängen würde ja ich häng auch im ladebildschirm ein paar sekunden später nehm ich kein bock mehr oder so das spiel denkt sich nö ihr beide nicht alles nur nicht das genau das hat sich gerade gedacht wurde er hängt weil ich hänge na los so viel später dass es dem alten erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste ja und du so oh bin drin hi guys wassup doinge doinge if you carry i sub haha ja ja okay ja 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 Eben Oh Ok Nice Buja Oh ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich nicht wieder selber eingekesselt Kamera weg? Jo Sehr schön Guck dir an wo der gelandet ist, alter Du hast es drauf Aua Boxer Blenden Immer Warte Ne Hehehe Hehehe Was war das denn? Ich habe die Mauer gesetzt Ich hätte mit Pitta dran vorbei können Hat ja gut funktioniert Ach komm Mh Was? Hinter dir Oh Scheiße Scheiße Allah Ach komm Okay Okay Ich habe Ult Äh Wir gehen auch nicht place meine Ult dahin Komm Ja Und ihr werdet meine Verbindeten nicht können Kein Entkommen! Das ist der lebende Spieler! Natürlich! Einfach dead bleiben Ohohoho, ok Oh leu, schade, hat sie verzogen Ach so leu, ich hab gedacht du wärst das Uh! Good job Das ist nicht unsere Gap Die Steine hoch Vorsicht Das ist ihre Truppe Die Steine hoch Zwei in Heaven drin Das war Synergy, alter Warte Nein Oh, und nicht vergessen zu schwischen Und flicken die Scheiße aus deiner Wand Wie das? Ja, käme ich noch fast damit, danke Ok, sorry Oh Heaven Nice Schon zu spät Felix ist auch da Aua Ja Nicht gut Die Dingens ist in Mitte drin Sorry Sage Der hat doch nen Headshot drin Can I help'n? Nice Du bist doch nicht fertig Du bist doch nicht fertig Oh, danke Nice Wir werden meine Verbündeten nicht töten Die Fliegen, alter Die Fliegen, alter Oh mein Gott Good Job Ein HP Hat auch noch die Verbindung unterbrochen Ja Lol, wer hat ihn gerade Wer hat ihn gekillt? Wer hat den gekillt? Den Cypher Den Cypher I don't fucking know Ich glaub der ist an der Feuerwall von Von Phoenix gestorben Ich hab ihn angehittet Und dann ist er da rein gelaufen Lol Ja, ich bin halt auch tot Die Heaven durch Die ist unser Spawn, die ist direkt Oh, schade Boah GG, guys GG, guys Oh, man Ich bin halt Wollt Ja, ich bin halt Zin Ich bin halt Vertraue